Ich erinnere mich. Der Name dieses Mädchens lautet Kairou. Und da mir ihr Name eingefallen ist, wird mir klar, wer ich bin. Mein Name lautet Sakaido und ich bin ein Meisterdetektiv. Was stimmt mit dieser Welt nicht? Ich bin ein Meisterdetektiv und muss das Rätsel hinter dem Tod von Kairou lösen. Ja, ich stelle das Leitbild der Welt in Frage. Wäre es denn so albern zu glauben, dass mir eine bestimmte Rolle in dieser Welt zuteil wurde? Ich bin ein Meisterdetektiv.